Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video. Bitcoin bei 36.600 US-Dollar. Preisziel Golden Pocket wurde erst einmal erreicht, zumindest unser erstes Preisziel. Hat aber auch damit zu tun, dass es große Fake News gab. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, bzw. ich habe es jetzt auch heute früh erst mitbekommen. Es gab Fake XRP-News, dass ein Spot-ETF hier zugelassen werden soll. Der Kurs ist komplett explodiert auf Richtung 0,75 US-Dollar-Cent. Ging dann aber genauso schnell, nachdem es sich hier um Fake News handelte, genauso schnell wieder runter. Interessanterweise, um einen kurzen Ausblick oder Einblick nochmal für die Analyse zu geben von Freitag. Wir haben genau das Golden Pocket erreicht. Also der Kurs hat genau am Golden Pocket von unserem Jahreshoch hier erst einmal Halt gemacht und wurde dann als erstes Mal abverkauft. Ob das jetzt so positiv ist, sei jetzt mal dahingestellt. Preisziel wurde erreicht und Abverkauf wurde erst einmal eingeläutet. Aber gut, das hat natürlich genauso Auswirkungen auf die anderen Kurse gehabt. Wir sehen es hier bei Bitcoin. Es ging nach unten. Ethereum, nachdem gestern hier noch Take Profit 1 erreicht, wurde auch jetzt leider bei mir zumindest ausgeschöpft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde hier auf jeden Fall nochmal eine neue Position eröffnen. Ansonsten, bevor wir starten, Like da lassen, Abo da lassen und auf jeden Fall gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir haben gestern noch hier eben mitgeteilt, dass wir Take Profit 1 erstmal nehmen. Und ja, wenn halt solche Fake News kommen, dann ist halt die Position schneller wieder ausgestoppt, als man oder als manchen hier lieb ist. Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Und zwar, wie gesagt, Bitcoin hat heute Nacht dann mal ganz kurz das Golden Pocket erreicht. Das war ja unser Mindestziel, wo wir gestern drüber gesprochen haben, beziehungsweise der erste theoretische Entry wäre das gewesen. Der zweite lag dann hier unten bei diesem WIG bei 35.600 US-Dollar. Beides, wie gesagt, ich bin nicht in die Position rein. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass erstens solche Fake News kommen, zweitens, dass wir so schnell in diese Position reinkommen und drittens, ich habe geschlafen. Auch völlig normal, passiert mir auch, aber wie gesagt, deswegen jetzt erst einmal in keiner Position hier drin, zumindest nicht in einer Gesamtposition mit euch. Wir haben nämlich heute auch noch wichtige News, die dann im Endeffekt jetzt anstehen um 14.30 Uhr. Wir haben die VPI-Daten, also Verbraucherpreisindex, die nochmal für ordentlich Stimmung heute Nachmittag sorgen könnten. Deswegen, vielleicht sollten wir doch nochmal ein bisschen warten, vor allem weil durch diesen Fake-ETF-News da jetzt eine Menge Volumen im Markt gekommen ist, was sich möglicherweise in den nächsten Stunden nochmal geholt werden könnte. Also, das heißt, die übergeordnete Idee, die bleibt auf jeden Fall erst einmal so, dass wir hier nochmal runtergehen könnten, in Anführungszeichen. Trotzdem, durch diese Fake-News kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir uns eben im Endeffekt nochmal diese Liquidität vielleicht nochmal ein bisschen tiefer holen, nochmal, vielleicht auch nochmal einen größeren Abverkauf sehen, bis eben zum 0.786er mit den möglichen News dann auch im Laufe des Tages. Das heißt für mich jetzt erst einmal, keine Long eröffnen, weder hier noch im Golden Pocket wahrscheinlich dann, außer wir kriegen hier eine kleine Bullish-Evergence rein, dann sieht die Sache nochmal ein bisschen anders aus. Ansonsten tendiere ich hier eher mal auf Richtung 35.900 US-Dollar. Gestern, wie gesagt, wäre eigentlich die Chance gewesen, dass wir uns jetzt hier stabilisieren, Richtung 36.500 US-Dollar und von hier aus Richtung 40.000 dann hochballern. Kurs hat sich dagegen entschieden, dann kamen, wie gesagt, diese Fake-News. Und ansonsten war die News-Lage auch gestern, wenn wir nochmal ganz kurz auf die News reingucken, es war gestern auch nicht wirklich viel los. Also keine Bewegung gestern am Markt passiert, muss auch mal sein im Endeffekt. Aber ansonsten, wie gesagt, jetzt erstmal so eine leichte Erholung. Wir schauen uns das Ganze nochmal auf den 4-Stunden-Time-Frame an. Wir hätten hier oben den nächsten Widerstandsbereich dann bei knapp 36.800 US-Dollar. Bin gespannt, ob wir dann hier im Endeffekt nochmal zurückrudern, beziehungsweise hier die Liquidität hier oben nochmal aufsammeln und dann eben unseren Down-Move hier eben noch einmal hinbekommen, bevor wir dann weiter nach oben hinsteigen. Weil grundsätzlich die Aufwärtsstruktur ist weiterhin in Gange, da hat sich auch nichts verändert. Wir haben nicht mehr dieses Tief hier drüben auf dem 4-Stunden-Time-Frame unterboten, sondern genau hier eben Halt gemacht. Klar, die Wicks und sowas sind nicht vermeidbar, sehen aber natürlich auch mega ugly aus. Ansonsten Möglichkeit eines Rounding-Tops müssen wir alles mal ein bisschen im Auge behalten. Aber momentan bin ich weiterhin auf der bullischen Seite, was das hier anbelangt. So, gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum ärgert mich extrem, also komplett angepisst, nachdem solche News kamen. Wie gesagt, ich habe es gestern, woran wir es dann hier, gepostet, dass ich hier Take-Profit 1 nehme. Wer es gestern aus dem Video früh mitgenommen hat, herzlichen Glückwunsch. Ist auf jeden Fall gut aufgegangen, Stop-Loss-Entry. Und daraufhin wurde diese Position jetzt eben ausgestoppt. Ich könnte richtig kotzen, nur wegen so Kack-Fake-News, weil Potenzial hat Ethereum enorm. Und ich bin auch noch am überlegen, hier nochmal eine neue Position aufzumachen. Grundsätzlich hat sich an meiner Sicht auf Ethereum erst einmal nichts geändert. Wenn wir mal auf den Daily-Time-Frame nochmal reingehen und uns das angucken, wir müssen hier über die Marke von 2140 grob US-Dollar kommen. Danach haben wir Potenzial in Richtung 2.4 und sogar 2.700 US-Dollar, sollte Bitcoin auch sein Breakout kriegen. Weil wir haben hier drüben nicht mehr viel Liquidität rumliegen, nicht mehr viel Widerstände vor uns, weil dieser Abverkauf damals so rapide schnell ging. Dass hier natürlich nur noch Short-Orders möglicherweise liegen, sehr, sehr alte Short-Orders, die wir dann hier in diesem Bereich auf jeden Fall noch liquidieren könnten. Deswegen bin ich bei Ethereum weiterhin erst einmal auf der bullischen Seite und werde hier auch versuchen, nochmal eine kleine Entry-Position reinzukriegen. Wahrscheinlich sogar hier nochmal in diesem Bereich zwischen 2040 und 2060, wo wir uns jetzt befinden. Ich bin echt, ich bin wirklich am überlegen, hier ein bisschen Risiko zu gehen und jetzt sogar nach dem Video hier nochmal reinzugehen. Aber ich muss mir das alles nochmal in Ruhe überlegen. Wie gesagt, um 14.30 Uhr kommen nochmal sehr, sehr wichtige News, was natürlich auf die Indizes nochmal Auswirkungen haben könnte. Das wiederum hat Auswirkungen auf Bitcoin und sowas, weil die Indizes haben sich gestern überhaupt nicht von der Stelle bewegt. Ganz im Gegenteil, Nasdaq ziemlich unverändert, S&P 500 unverändert, Dow Jones ist ein bisschen runtergegangen. Das war es dann aber auch schon wieder. Also da könnte heute schon nochmal ordentlich Bewegung reinkommen, aber ich bin hier auf jeden Fall weiterhin deutlich, deutlich optimistischer als sogar bei Bitcoin, derzeit bei Ethereum. Und dann, wie gesagt, kommen wir ganz kurz nochmal zu Ethereum. Da gestern eben diese Fake News waren, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Hier, CryptoGuru hat sofort gepostet. Antrag auf Eintragung, BlackRock's neue iShare XRP Treuhand in Delaware. Ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt in den letzten Tagen von irgendwelchen Fake-Dingern da immer wieder gesehen haben und sowas. Auf jeden Fall kam eben dieser Move in das Golden Pocket. Der Abverkauf, perfekt im Endeffekt stattgefunden, so wie wir es im Freitagsvideo letzte Woche noch drüber gesprochen haben, dass es unser Maximalziel erst einmal ist. Und jetzt der Abverkauf. Wir haben natürlich einen richtig ugly Wig hinterlassen. Technisch gesehen, bearish divergence. Technisch gesehen, tieferes hochgebildet, also höheres hochgebildet. Drunter geschlossen, also absolut ugly as fuck, was wir hier momentan bei Ethereum sehen, charttechnisch zumindest. Also hier würde ich ganz ehrlich, haltet eure Finger davon weg. Haltet eure Finger da vom Tradinghebel weg. Wenn, dann würde ich das Ding maximal nur longen mit absolut einkalkuliertem Risiko, dass das Geld danach weg ist. Weil dieser Wig sieht sowas von geil aus, dass wir im Endeffekt diesen Move über Tage, vielleicht zu 50%, nochmal 8%, vielleicht auch nur 5% Move, einfach nochmal nach oben hin auffüllen könnten. Das wäre eine Möglichkeit, aber ansonsten würde ich einfach hier die Finger von lassen und nichts machen. Auf Daily-Sicht auch nochmal ganz kurz gucken. Volumen, klar, extrem stark. Aber auf Daily-Sicht sieht das Ganze einfach noch beschissener aus. Also auch komplett ins Golden Pocket, genau diesen bearischen Retest, den wir ja letzte Woche im Video besprochen haben. Tiefer geschlossen, ugly Phase hier, also extrem, extrem aufpassen für alle XRP-Freunde da draußen. Ansonsten steht heute, glaube ich, nichts mehr an. Heute Abend kommt die Podcast-Folge dann auf YouTube online. Hört euch die gerne an. Und ansonsten war es das auf jeden Fall von meiner Seite. Ich würde sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann hören wir uns ganz vielleicht später nochmal ansonsten, Telegram-Gruppe. Und ja, wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Wir hören uns dann, wie gesagt, heute Abend nochmal. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay quiet.